Ein ganz normaler Schultag in der Modeschule Hallein. Klara ist Schülerin der Modeschule und liebt es, mit Menschen zu arbeiten. Nach der Matura möchte sie ihre Meisterprüfung absolvieren und dann mit ihrer Mutter gemeinsam einen eigenen Salon eröffnen. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu lernen. Dafür sorgt die Modeschule mit der Ausbildung für Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei. Klara zeigt an ihrer Kundin den Weg zum Hingucker Winter Make-up. Also beim Winter Make-up ist es sehr wichtig, dass man auf seine Haut schaut mit einem Kälteschutz. Genauso wie bei den Lippen eine Lippenpflege verwenden und wenn man besonders rissige Lippen hat, dass man Lippenpeeling auch verwendet. Jede Jahreszeit erfordert andere Herangehensweisen, auch in der Wahl der Farben. Man ist sehr blass im Winter und auch rötlich durch die Kälte bei den Wangen. Deshalb harmoniert das Bild noch einer sehr gut, wenn man einen tieferen Rotton verwendet. Und deswegen habe ich mich für den Ton entschieden. Die Ausbildung dauert fünf Jahre. Danach schließt man mit der Reife und Diplomprüfung ab. Damit der Schritt in die Praxis dann gut funktioniert, wird schon in der Schule fleißig gewerkelt. Wir haben einen ganzen Tag, wo wir immer in der Praxis verbringen und wo wir wirklich versuchen, den Salonalltag bestmöglich zu reproduzieren und dass die Schülerinnen ab dem ersten Jahrgang auch an Modellen wirklich arbeiten. Wir starten dann gegenseitig, dass sie einmal spüren, wie man so den Menschen angreift. Später dann auf Übungsköpfen und dann aber sehr schnell an Menschen. Für die Organisation ihrer Modelle sind die Schüler selbst verantwortlich. Freunde, Tanten, Eltern, jeder darf einmal den Kopf hinhalten. Ähnlich geht es bei der höheren Lehranstalt für Mode zu. Im ersten und zweiten Jahr liegt da der Fokus auf der kreativen und handwerklichen Grundlagenausbildung. Danach vertiefen die Schüler in Richtung Modedesign und Grafik oder hin zu Visual Merchandising und Modemarketing. Beim Modedesign ist es so, dass der Schwerpunkt auf der Produktentwicklung liegt, was wirklich in die Tiefe geht, was Recherche, Designentwicklung, aber auch Verarbeitung der Teils betrifft. Im Visual Merchandising geht es um die Produktpräsentation im Schaufenster oder auch auf der Verkaufsfläche und darum, dafür Konzepte zu entwickeln. Juliana und Georg besuchen das berufsbegleitende Kolleg für Modedesign. Sie beschäftigen sich mit nachhaltiger Mode. Eine besondere Herausforderung, da der Markt für kunstfaserfreie Materialien noch nicht ganz ausgereift ist. Ihre Kollektion stellen sie aus der Weltneuheit Refibra her. Das ist die erste zellulose Faser, die neben Holz als Rohstoff auch Recyclingmaterialien verwendet. Die Faser enthält Baumwollreste wie zum Beispiel alte kaputte Kleidungsstücke. Bei dieser Kollektion ist aber nicht nur das Material besonders. Wir haben bei uns im Konzept uns eben doch, dass wir diese Unperfektheit von Menschen in die Designs übertragen und diese Einzigartigkeit und haben zum Beispiel Knopfleisten versetzt oder dass wir Taschen, die eigentlich, wo man so reingreift, dass man es an ganz einer unüblichen Stelle platziert und verdreht. Von der Bleistiftzeichnung bis zum fertigen Produkt, alles liegt in den Händen der Schüler. Wir machen die erste Bleistiftskizze, dann wird darüber geredet, was gut kommt, was vielleicht schwierig zum Umsetzen ist. Bis wir dann zu der Entscheidung kommen sind, was dann in unserer Kollektion der rote Faden ist, hat es auch schon mal gedauert. Und dann hat man eben seine Skizzen und dann geht es dann, das technisch umzusetzen quasi, was für Knopfleisten, was für Knöpfe, was für Faden wird verwendet, wie machen wir die Krägen, machen wir es groß, machen wir es klar. Also da stellen sich wirklich ganz viele Fragen und wir sind jetzt eben am Finish von unserer Kollektion und sind auch schon gut dabei. Ein halbes Jahr ist es noch bis zur Abschlussmodenschau in der Brandbox. Bis dahin wird noch viel getüftelt, denn die Mission der Schüler ist keine einfache. Sie wollen die Kunden zum Kreislaufdenken anregen, wiederverwenden statt wegwerfen. Gerade in der schnelllebigen Modebranche ein gewaltiger Schritt.